Servus! Heute geht es um das Thema Gewehrlaufreinigung. Ist es sinnvoll, grundsätzlich einen Gewehrlauf zu reinigen? Das kann man nicht eindeutig beantworten. Solltet ihr bei eurem Luftgewehr das Problem haben, dass das Trefferbild mal eine ganze Zeit lang gut war und auf einmal nicht mehr dem entspricht, was ihr gewohnt seid, dann kann es auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass zum Beispiel der Lauf halt eben verdreckt ist. Das heißt, da sind dann Rückstände, Bleirückstände zum Beispiel drin und dann würde es Sinn machen zu reinigen. Ich habe eine HW35 eine ganze Zeit lang geschossen. Die habe ich nicht ein einziges Mal gereinigt. Die hat sich irgendwie beim Schießen selbst gereinigt. Bei meiner Steier macht es auf jeden Fall Sinn, den Lauf zu reinigen. Da hatte ich auch von Adam Benke die Empfehlung, alle 500 Schuss die Reinigung durchzuführen und da sich sonst wirklich das Trefferbild etwas verschlechtert. Zwei Möglichkeiten, wie ihr den Lauf eures Luftgewehrs bzw. eures Gewehrs bis zu einem Kaliber von 9 Millimeter reinigen könnt, will ich euch heute zeigen. Und zwar angefangen habe ich damals mit, da hatte ich die Empfehlung bekommen, mit solchen Filzpfropfen. Dazu gleich. Diese Pfropfen sind kein Spielzeug. Also wenn ihr die in den Lauf rein tut, das Gewehr spannt und die dann durchschießt und auf eine Person richtet, kann es auch wirklich ernsthaften Schaden anrichten. Also da bitte unbedingt davon absehen. Ganz normal, so wie ihr es gewohnt seid, auf dem Schießstand oder in den Schussfangkasten oder irgendwo in die Pampa oder so, wo keiner in der Nähe ist, weil die ziehen dann doch immer noch richtig. Wie funktioniert das? Es ist ganz simpel. Ich habe hier mal meine Slavia CZ. Diese wird einfach hier in den Lauf reingeschoben. Dann wird das Gewehr wieder geschlossen und der Schuss ausgelöst. Um ein gutes Reinigungsergebnis zu bekommen, sollte man ungefähr vier bis fünf von den Pfropfen durchschießen. Die gibt es von verschiedenen Marken. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 500 Stück irgendwie um die acht Euro oder sowas. Also das ist jetzt wirklich keine große Investition. Die zweite Möglichkeit, die Gewehrlaufreinigung durchzuführen, ist ein Set von AHG. Das wird von der Firma Anschütz produziert. Ich habe da eine Empfehlung von Adam Binke bekommen gehabt. Er hat eine ganz logische Erklärung dafür gegeben, warum das besser ist, als diese Filzpfropfen eben durchzuschießen. Und zwar hängt es einfach damit zusammen, dass die Reinigung viel langsamer erfolgt. Sprich, diese Dochte werden hier in diese Schlaufe reingetan. Das hier kommt in den Lauf rein und wird dann durch den Lauf durchgezogen mit ein bisschen Muskelkraft. Am Ende hängt dann das Blei hier in diesen Dochten dran. Das kann man dann eins, zwei Mal wiederholen und dann hat man wirklich eine perfekte Laufreinigung. Ergänzend gibt es noch eine Möglichkeit, gerade bei älteren Länge wären wie jetzt hier meine CZ Slavia 630. Das ist doch schon, naja, 25, 30 Jahre dürft ihr schon auf dem Buckel haben. Diese Dochte mit einem zum Beispiel Funatec hier einzusprühen und das findet eine sehr gute Schmierung statt, ohne dass irgendwas verklebt. Und diese kleinen Haarrisse werden dann eben mit ausgefüllt, dass dann mir dann sehr guter Lauf dann einfach zur Verfügung steht. Beide Möglichkeiten sind nicht schlecht, wobei ich umgestiegen bin halt eben auf diese Dochte-Schichte. Eine andere Möglichkeit als Flunatec ist das bekannte Ballistol. Das kann man auch verwenden, kann es auf diese Dochte draufsprühen und dann einfach durch den Lauf durchziehen. Was noch zu erwähnen ist nach einer Laufreinigung, ist die Wahrscheinlichkeit groß, gerade wenn man zum Flunatec zum Beispiel mitverwendet, dass sich die Geschwindigkeit des ausdrehenden Diabolos erhöht. Da solltet ihr aufpassen. Also ich würde auf jeden Fall davon abgeraten, vor einem Wettkampf oder so noch schnell seinen Lauf zu reinigen, weil ich kann versprechen, dass ihr dann dadurch, dass ich das Trefferbild auch verschiebt, einfach nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt. Das heißt, gerade nach einer Laufreinigung dauert es doch einige Schuss, bis sich das Ganze wieder einpendelt. Wieso dieses Grundblei wieder entsteht. Und von daher sollte man das vielleicht nach dem Wettkampf machen, wenn man einfach dann noch die Zeit hat, bis zum nächsten Mal wieder einige Schüsse doch abzugeben. So viel von meiner Seite. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt irgendwelche Bürsten und so weiter und so fort. Habe ich jetzt selbst noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich dafür auch keine Empfehlung geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.